Es ist gut, euch wiederzusehen. Alle drei. Versteht ihr jetzt, in welchem Zustand sich diese Welt befindet? Ja, wir haben alles gesehen, mit eigenen Augen. Die Lichtflut hat fast das ganze Land verschlungen. Und die Überlebenden werden von den Sündenvertilgern dahin geraffen. Ja, der Kampf gegen sie scheint in der Tat aussichtslos. Aber es gibt eine Möglichkeit, die Chancen zu unseren Gunsten zu verbessern. Ich habe erkannt, dass die großen Sündenvertilger die kleineren zusammenhalten, so wie man es bei bestimmten Insektenvölkern beobachtet. Wenn man also einen großen besiegt, sind die anderen nicht mehr in der Lage, sinnvoll zusammenzuarbeiten. Sie geben auf und verlassen ihr Areal. Wie wird Yulmore reagieren, wenn wir Jagd auf die Sündenvertilger machen? Walthry bezieht seine Autorität hauptsächlich daraus, dass er diese Scheusahle kontrolliert. Wenn wir nun daherkommen und die Sündenvertilger beseitigen, wird er darüber sicher nicht erfreut sein. Es führt kein Weg daran vorbei. Um Walthrys Einfluss über Yulmore zu brechen, müssen die großen Sündenvertilger ausgerottet werden. Das ist mein Ziel. Und eures, wenn ihr die achte Katastrophe verhindern wollt. Hm. Gut. Ich werde es euch erklären, aber seht mir nach, wenn meine Ausführungen etwas länger dauern. Vor langer Zeit zersplitterte die Welt in 14 Teile. Die Ursprungswelt, aus der ihr kommt, und 13 Splitterwelten, von denen diese Welt eine ist. Die Welten sind voneinander getrennt, vermögen sich aber zu beeinflussen. Das gilt besonders für die Ursprungswelt, aus der alle Welten gekommen sind. Nehmen wir nun einmal an, dass in einer Splitterwelt eine der Elementarkräfte anormals stark ansteigt. So wie Wasser von einem höher gelegenen Punkt aus nach unten fließt, strömt diese übermäßige Elementarkraft von der Splitterwelt in den Ursprung. Das hat dort natürlich verheerende Auswirkungen. Das Feuerelement zum Beispiel kann große Feuersbrünste oder extreme Dürren auslösen. Eis führt zu einer bitteren Kälteperiode und so weiter. Das Gleichgewicht des Ursprungs wird geschwächt. Und dann kann ein anderes Unheil, gefährlich aber für sich genommen keine Welpen zerstörende Bedrohung, zu einem Riss in der Wand führen, welche die Welpen voneinander trennt. Dann kennt der Fluss der Energie kein Halten mehr. Der Splitter vereint sich mit dem Ursprung. Die übermäßige Elementarenergie, die der Splitterwelt inne wohnte, fließt dabei komplett in die Ursprungswelt und verstärkt dort mit einem Mal das Unheil, das den Riss verursacht hat. Erdelementare Energie erzeugt Beben von solcher Gewalt, dass sie den Erdmantel selbst zum Bersten bringen. Wasserenergie lässt Tsunamiwellen zu Sintfluten anschwellen, die ganze Kontinente verschlucken. Dies sind die Katastrophen, welche das Angesicht des Ursprungs vollkommen verwandeln. Bisher sind sieben Splitterwelten mit dem Ursprung vereint, wodurch sieben Katastrophen über ihn hinwegfegen. Sünen So Revelation So so Untertitelung des ZDF, 2020 Und nun ist der erste Splitter mit derart viel lichtelementarer Energie geflutet, dass die Voraussetzungen für eine neue Verschmelzung gegeben sind. Der Grund für die unnatürliche Ansammlung des Lichts sind die Sünden für Tilga. Jeder der Großen, von denen ich eben gesprochen habe, herrscht über ein Territorium und verbreitet dort ein Gleisendes. Sie sind es, die Norvrand, dass der Lichtflut nur knapp entkam. Um das Gleichgewicht des ersten Splitters wiederherzustellen und die Vereinigung aufzuhalten... Mein Bruder und ich haben uns schon den Kopf darüber zerbrochen, wie man ihnen beikommen kann. Bisher ohne Erfolg. Die Lichtbringer lassen sich nicht oft blicken und außerdem sind sie mächtige Gegner. Uns blieb nichts anderes übrig, als auf dich zu warten. Entschuldigt die Störung, Kristallexarch. Ich habe eine dringende Meldung. Holmenster wurde von den Sündenvertilgern überfallen. Es sind mehr als sonst. Der Bote befürchtet, dass das Dorf komplett ausgelöscht werden kann. Wenn die Sündenvertilger bei Holmenster sind, können sie auch Kristallium erreichen. Schließt die Tore und verstärkt die Wachen. Eile zurück zum Dorf und beobachte die Situation. Aber betritt es nicht, bis ich da bin. Sagt das auch den Zwillingen. Zu Befehl. Jetzt wird sich zeigen, wozu du fähig bist. Komm, die Sündenvertilger warten. Heirik! Ben! Renn weg! In dieser Welt gibt es nichts, was man nicht braucht. Nutze deine Zeit, bis zu allerletzt. Stirb in Frieden. So ist es doch, Mutter. Spürb in Frieden. Untertitelung des ZDF, 2020 Nein, Tesslie, nein! Nein, Tesslie, nein! Tesslie, nein! Tesslie, nein! Tesslie, nein! Tesslie, nein!